Die Geschäftswelt befindet sich im Wandel. Größe allein reicht heute nicht mehr aus. Sie müssen wendig und anpassungsfähig sein, nahezu leichtfüßig. Denn in der heutigen Welt geht es vor allem darum, schnell voranzukommen. Geschwindigkeit ist eines der zentralen Themen jeder digitalen Transformation. Wie schnell gelangen Sie von der Idee zum Ergebnis? Von kompliziert zu optimiert. Von der Entwicklung bis zur Bereitstellung. Bei PlanView gestalten wir die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt und helfen Führungskräften wie Ihnen dabei, Strategien in Ergebnisse umzuwandeln. Was bedeutet dieser Wandel für die Autoindustrie? Für den zukünftigen Erfolg braucht es eine erhebliche Verkürzung der Time-to-Market mit klaren Erkenntnissen darüber, wo und wann Ressourcen investiert und die Effizienz gesteigert werden müssen. Es braucht ein schnelleres Handeln im großen Maßstab und eine kontinuierliche Abstimmung der digitalen und physischen Aspekte der Automobilproduktion auf die Marktanforderungen. Es braucht eine Beseitigung der technischen Schulden, um Ungenauigkeiten und Verzögerungen zu reduzieren und Ihre Produkte bereit für die vernetzte und elektrifizierte Zukunft zu machen. Und es braucht einen umfassenden Überblick, um Risiken zu bewerten, Echtzeitsszenarien zu planen und schnelle Erkenntnisse über die kleinen und großen zu ergreifenden Maßnahmen zu gewinnen. Also, was hält Ihre Zukunft bereit? Wie wird sich Ihr Unternehmen weiterentwickeln? Mit PlanView können Sie Ihr Wachstum beschleunigen, Ihr Geschäft transformieren und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Erfahren Sie mehr unter planview.com-de E